Es ist ja schön, dass du dir Sorgen machst darum, dass Leute denken, es könnte sich nicht mehr lohnen zu arbeiten. Erstens mal ist es so, jede Rechnung zeigt, Arbeiten lohnt sich immer. Zweitens ist ja wunderbar, dann können wir eine Allianz für bessere Löhne. Dann können wir eine Allianz bilden für einen höheren Mindestlohn, dann können wir eine Allianz bilden für breitere Tarifbindung, damit diejenigen, die arbeiten, mehr Geld verdienen und in würde Leben zahlen. Das Problem ist halt nur, du kannst nicht auf Dauer einen Arbeitslohn in der Parteizentrale festsetzen. Das funktioniert einfach nicht. Also ich würde auch gerne so eine Politik machen. Naja, Tarifbindung stärken kann man schon gesetzlich machen. Wir können auch gerne zusammen zum Streikbosten kommen. Es ist halt ein sehr einfacher Punkt zu sagen, der Mindestlohn wird jetzt politisch festgesetzt auf 15, 16, 17 Euro. Ich finde, da macht ihr es euch einfach zu einfach. Du brauchst Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Wirtschaft, die Produktivität steigen kann, die die Leute auch arbeiten lässt in den Unternehmen. Und das ist momentan einfach ein Riesenproblem in Deutschland. Ich glaube, wir haben alle noch nicht wirklich begriffen, in was für einem Wettbewerb wir stehen und vor allen Dingen, in dem unsere Generation stehen wird. Wenn man mal nach Asien schaut, wie sich Länder da entwickeln. Ich rede gar nicht mehr von China, das ist jetzt schon mittlerweile ein altes Thema. Aber wie sich Indien als Volkswirtschaft entwickelt. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir reden so, wer will wie viel arbeiten, ein bisschen weniger und Bürgergeld verdoppeln. Okay, kann man alles machen. Nur ehrlicherweise werden wir international damit überhaupt keinen Erfolg haben. Und dann müssen wir uns eben auch von Teilen unseres Wohlstandes verabschieben. Das ist dann einfach so. Nicht nur unseres Wohlstandes, sondern auch unseres Lebensstandards. Und des Sozialstaats auch. Ich habe vor kurzem gesehen, das fand ich ganz schockierend, und das würde mich total interessieren, wie ihr dazu steht, die ja für weniger Arbeit streiten, dass zum Beispiel in einer Schule in Nordrhein-Westfalen inzwischen in der Schule eine Viertage-Woche eingeführt werden soll, weil es nicht mehr genug Lehrer gibt, um die Schüler zu beschulen. Und das ist dann einfach so. Und das ist dann einfach so. Und das ist dann einfach so.